Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, es ist wieder soweit. Nach langer Zeit, es wurde sich oft gewünscht, wir checken wieder eure Zimmer und Wohnungen aus. Das Ganze war mal wie immer ein bisschen komisch an manchen Stellen. Achtung, scheiße, Digga. Oder bitte, sag mir, du hast das gemacht fürs Video. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Alright, wir fangen an mit Kanonenfutter. Mal gucken, was er für eine Wohnung hat. Oh, ne, ne? Was geht ab, Chat? Und Piepen hat es Platten? Was geht ab, Bro? Ich bin vor einem Monat eingezogen, deswegen erwarte ich nicht krass zu viel. Auf jeden Fall erst mal hier. Ne, schöne Drumsticks von meinem Lieblingsschlagzeuger. Ich hab drei... Bruder, what the fuck, Digga, Bro hat einen Kerzenständer für seine Drumsticks. Ich hab vergessen, zu dem Kerzenständer zu sagen, der ist nicht von mir, der ist geklaut von irgendeinem Restaurant. Kommen wir direkt zu meinem heftigen Flur. Krass, okay, okay, wir sind 20 Sekunden in, Bro, und wir haben jetzt schon die erste Straftat in diesem Video. Perfekt. Yo, mega geil, Dog. Schlafzimmer, auch nichts Großes. Ja, aber süß. Aquarium mit einer Decke, frag einfach nicht Küche. Okay, das ist ein bisschen weird. Dann haben wir hier noch massig Schüsseln, koche immer vor die ganze Woche. Und hier haben wir so geile Schieferplatten, die sind geklaut. Aber das ist ein geiler... Und wir sind bei der zweiten. Und das ist die zweite Straftat, perfekt. Dann haben wir hier mein geiles Setup. Also ich zocke ab und zu, ab und zu mal viel, ab und zu mal wenig. Meistens mache ich eigentlich nur Musik. Ich hab mir die neu gekauft, die sind mega nice. Geil. Aber er hat keinen Fernseher, oder? Und vor allem haben wir hier diese tollen Monitore. Ja, ich wollte es eigentlich mal so ein bisschen stabil machen. Ich hab mich dann verbohrt. Richtig geiles Loch. Naja. Digga, was hat der gemacht? Der hat mir eine Schraube in die Wand gejagt und dann ein Seil, was dann diese Haltung da hält? Und ich geh jetzt gleich wieder raus. Dann braucht man eigentlich nur noch was Schönes, Warmes zum Anziehen. Und deswegen... Ich... Alright, wir machen heute mit dem nächsten... Das ist das von Mikey. Hier kommt die Roomtom von mir. Fangen wir ganz klassisch an mit zwei Bildschirmen. Tastatur, Maus, PC. Drüber hängt schöne Wandbeleuchtung mit Schwert. Bruder, er wird sich so abjauchen jeden Tag auf diese Hentais, Digga. Jetzt wird natürlich auch ein paar schöne Anime-Posters, ne? Das geht auch noch immer weiter. Oh mein Gott. Bruder, oh mein Gott. Gamer Office, Bro. Leute, ihr müsst da nochmal ran. Da muss nochmal ganz halblich Grund renoviert werden in dem Ding. Oh, da hört es noch nicht ganz auf. Weil im Bett haben wir noch schön zwei Ladies. Oh mein Gott. Noch aus gewissen Grund zugedeckt. Nach, Bro, Dog. Bitte sag... Ich wünschte, das wäre Sage. Ich glaube aber nein. Und mein Heiligtum hat mich leider zu viel Geld gekostet. Bruder, was hat die für Riesenäuter hier? Holy Shit, Junge. Mann, und dann da unten rechts nochmal diese zwei random-ass McDonald's-Gläser, Digga. Was zum Fick, Bro. Oh, ich kann dieses Format nicht mehr machen. Leute, real talk. Das ist die letzte Ausgabe davon. Außer wenn wir 20.000 Likes knacken. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Yo, Papa Platte, was geht? Mein Zimmer ist nicht so groß. Deswegen fahren wir genau hier an. Hier ist mal ein krasses Bett gebaut von meinem Vater. Ich kriege eh mal Rölfenprobleme von dem Kackding. Aber egal. Ich bin der arme Vater, Bro. Er stand da, Digga. Er stand da. Wisst ihr, er hat da richtig geschuft und richtig geackert, Junge. Für dieses Bett, Bro. Nur, dass da jetzt Complain wird, Mann. Da habe ich so Schallplatten. Aber man sieht, manche sind nicht mehr vorhanden, weil ich einfach zu faul bin, die wieder aufzwingen. Und mein Monatsgehalt als Schüler, damit ich immer sehen kann, wie viel Geld ich eigentlich besitze. Ey, ist alles cool und so, aber sub trotzdem einfach. All right, Bro. Ich brauche unbedingt noch einen Sub mehr. Das ist immer sehr viel. Ich habe hier auch ein krasses Mikrofon, damit ich immer Crispy Clean klinge. Boah, das war ein starker Übergang. Das Mikrofon, damit ich immer Crispy Clean klinge. Zwei Gitarren. Boah, geil. Und mein Klavier. Geil, auch sehr geil. Ich habe immer so krasse Sachen wie... Ja, äh... Tot. Bruder. Mann, Digga, das Zimmer war so geil bis eben. Junge, was ist das, Digga? Wer ist er, Mann? Digga, wie wollt ihr denn jemals Besuch von Ladies haben in eurem verfickten Zimmer, wenn ihr sowas da hängen habt, Leute? Es wird noch besser. Dann sammle ich auch... Warum sind da fucking Bohnen, Digga? Immer gerne Schallplatten von meinen Lieblingsbands wie Leoniden oder Leoniden oder Weezer. Hier habe ich auch meine Ketchup-Dingster-Bummster von... Digga, Bro hat sich den Ketchup vor der Tankstelle eingerahmt, Junge. Jetzt geht's los. McDonald's hängt hier seit zwei Jahren. Zwei Jahren? Und ja, das war eigentlich mein Zimmer. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Was zum Fick, Alter. Was in Gottes Namen, Freunde, wirklich. Ja, geile Wohnung, Digga. Bitte, bitte schmeiß diesen Ketchup einfach weg, Bro. Wirklich, ist das krank. Hallo Kevin. Herzlich willkommen zu meiner Rundfunk. Kommen wir erstmal zum wichtigsten Teil meines Zimmers, nämlich meinem Setup. Hier haben wir zwei Bildschirme, meinen PC und sogar oben, das ist mein Gutschwert und dir. So wie hier meine Basti-Köpfe und ein paar Zauberwürfel. Als nächstes habe ich hier die technische Ecke mit Drohne, Powerbanks, die mein Handy theoretisch bis zu 30 mal laden können. Digga, what the fuck, Bro hat halbe IRL-Stream-Setup hier rumliegen. Wireless-Mics, von denen ich gerade einladen habe. What the fuck. Wie ein bisschen GoPro-Equipment. Ja, das ist der Gei-Chat, dem wir das Basti-Jagé-Cosplay geschenkt haben, was wir hatten für die Greenscreen-Challenge. Vielleicht wisst ihr noch. Basti-Sticker. Hier vorne haben wir auch noch Basti-Sticker und irgendwelche anderen Sticker von irrelevanten YouTubern. Klassik. So wie ein paar SD-Karten und mein Pop-Money. Digga, ich habe dasselbe, das ist geil. Als nächstes habe ich es mir schon mal rausgenommen, den Blick aus dem Zimmer zu zensieren. Würdet ihr sagen, er feiert Basti-Jagé? Bro. Und vieles, vieles. What the fuck. Und zu guter Letzt noch das Highlight. Die Sache, auf die alles hier in diesem Zimmer aufbaut. Mein Bett. Das ist verrückt. Mit indirekter Beleuchtung, zwei Kopfstützen. Aber perfekt, dann haben wir jetzt auch hier ein Thumbnail an der Stelle. Sehr geil, vielen Dank, mein Besser. Das ist geisteskrank. Danke für die Einsendung, Bro. What the fuck. Oh mein Gott. Alright, das Nächste ist von Janni. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet, Freunde. So willkommen zu meiner Astralen-Kleinen-Wohni-Moni-Tour. Oh, da ist ja eine Toilette, das wusste ich gar nicht, hätte man mir mal früher sagen sollen. Auf jeden Fall kurz reingesneakt in die Küche. Ihr wisst, mach mal mir die ganzen Frauen, die ich abkriege, sauber. Und deswegen ist es hier halt auch so dreckig. Der Kameramann ist in diesem Shot fast präsenter als ich, aber das hält mich nicht davon ab, mich mit dem Fernseher zu messen. Ich bin immer noch größer als er. Und das gibt mir am Morgen mein Ego-Boost. So, Morgen-Motivation abgeholt. Mein Kameramann will irgendwie nicht den Rest von der Wohnung zeigen, deswegen gehen wir kurz raus, weil das will er offensichtlicherweise zeigen. So, hier ist die Aussicht auf eine Stadt, bei der ich definitiv nicht legal dazu verpflichtet bin, nur positive Sachen über sie zu sagen. Wenn es das Negative darin gäbe, würde ich dir aufnehmen. Halt's Maul, Junge! Hey mal, diese Fanboys, die einen die ganze Zeit abfacken, das ist halt auch der Dubai-Lifestyle-i-Miley. Und deswegen zeigen wir euch mal kurz das Schlafzimmer. Was genau hier passiert, kann ich euch leider nicht auf YouTube zeigen, aber dafür haben wir große Schränke und große Spiegel. Manchmal messe ich mich auch mit denen, aber dann fühle ich mich immer klein, deswegen lasse ich das. Hier ist der Vorhang offen, was die Handabdrücke da genau zu bedeuten haben. Dicke, das ist mir noch nie aufgefallen, was ist denn hier passiert, wie reutig. Bro, das Ding ist, wenn da einfach nur diese Fingerabdrücke wären, okay, da könnte man sagen, ja, okay, da war eine wilde Nacht oder so, aber Bro, das sieht aus wie so Schnodder oder so. Bro, iiiiihih, Alter. Das überlasse ich euch mal lieber und hier mache ich manchmal meine Födi-Möni-Action. Wir machen kurz eine coole Transition in der zweite Bad, Junge, schon wieder ein Bad. Wie viele Bäder haben wir in diesem Scheiße-Partner? Auf jeden Fall gibt es hier auch eine Toilette und sogar eine Dusche diesmal. Ein paar Sachen, wo man Dinge reinstellen kann, wie es halt so ist. Steppen wir auf jeden Fall wieder raus und dann steppen wir doch wieder rein, Junge. Du, Achim, was ist das für Editing? Was soll die Scheiße? Auf jeden Fall haben wir hier jetzt Platz, um über die wichtigen Themen zu reden. Leute, kennt ihr das, wenn ihr scheißen müsst und es flutscht einfach so geil, dass ihr schon vorher wisst, ihr werdet nichts abwischen müssen. Bro, Real Talk, ich glaube, ich hatte das vier Jahre nicht mehr. Wie fühlt es sich an, mein Leben zu leben, was ich leben will? Beste Gefühl ever. Jumpcut, mein egocentischer Kameramann ist mal wieder der Meinung, sich selber zu filmen, anstatt mich zu filmen. Was ist denn da hinten los? Hat der wer hingeschissen oder was? Auf jeden Fall sind da auch ein paar Fenster, mussten wir jetzt schließen, wegen Durchzug und so, kennt ihr ja alle. So, Jumpcut in die Abmoderation, lasst ein Like da, kommentiert und sonst irgendwas. Ich muss noch ein bisschen stallen, damit ich die Synchro richtig hinbekomme. Ah, tschüss. Was ist das, scheiße? Janni, danke für die unfassbar beschissene Einsendung. What the fuck? Kevin, ich versuche mein Zimmer immer so ein bisschen zu speedrunnen, weil ich ja echt viel Kram drinstehen habe. Ich weiß nicht, ob ich alles in zwei Minuten reinkriege, ich versuche es aber. Bro, guck mal, wieder eine Mädelswohnung komplett voll geballert, Digga. Holy shit. Und die Ecke ist noch nicht ganz so ready, weil ich vor einem Monat erst umgezogen bin, deswegen ja. Was? Das ist vor einem Monat umgezogen? Ich versuche mein Zimmer immer so ein bisschen zu speedrunnen, weil ich ja echt viel Kram drinstehen habe. Digga, halt's im Maul, Digga. Das ist krass. Weiber, wa? Nein, man, no joke. Ich wünschte, ich würde meine Wohnung auch schöner einrichten. Ich bin so leidisch. Ich versuche es aber. Und die Ecke ist noch nicht ganz so ready, weil ich vor einem Monat erst umgezogen bin, deswegen ja. Also hier kommt man rein, dann nach Weitwinkel. Digga, crazy gemütlich. Crazy cozy. Finde ich übergeil. Vielleicht einen ganz kleinen Ticken zu viel, aber so all in all cozy. Hier habe ich so Kleiderschrank, Kleiderstange, alles mögliche. Da oben habe ich ein paar Bücher. Maybe erkennt man, wo meine Mitbewohnerin, äh, Vormieterin vor ihr Bett stehen hatte. Das ist verrückt. Aber warum hat sie es nicht abgemacht? Mach doch die sechs Spiegel da ab. Büschtütossen, Bücher, eine kleine Kamerasammlung. Holy shit, cool. Hier habe ich so Karten, Tickets, alles mögliche, was man so von Konzerten und so bekommt. Übelst nice. Dann, hier vorne ist mein Schreibtisch. Mann, Digga, wirklich. Wie kriegen es Frauen immer hin, so eine Persönlichkeit in so eine Wohnung reinzubekommen, Mann? Mann, Bro, ich habe nicht mal Lampen, Alter. Ist das World of Warcraft? Der ganze Botanikram. Oder ist das Guild Wars? Bro, also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass in dieser Wohnung Guild Wars 2 gespielt wird, Bruder. Das ist krass. Der Zeichenkram. Das war unerwartet. Zeichen, den rausgelegt, Zeichen, Heft. Genau, sowas und sowas. Dann mein Setup. Ich überlege noch einen zweiten Monitor da an dieser... Okay, kurze Frage. Ganz kurze Frage. Du liest todes viele Bücher, du zeichnest und du spielst ein MMO? Das Ding ist, ich würde jetzt sagen, okay, vielleicht bist du arbeitslos. Ach, sie ist studiert. Okay, nevermind. Ah, sie hat gesagt, sie ist studiert. Ah, okay, nevermind, nevermind. Ich wollte gerade sagen, Bro, what the fuck, wo kommt die Zeit her? Aber klar, sie ist studiert. Mein Bad, mein Bad. Ey, wirklich übelst geil. Übelst geil ist... No joke, ich glaube, meine favorite Wohnung bis jetzt. Oder Zimmer. Wirklich krass. Gefällt mir sehr, sehr gut. Krass. Geil. Vielen Dank für die Einsendung. Wir machen weiter mit dem Nächsten. Das Nächste ist von Nigont. Moin. Moin. Äh. Er guckt auf jeden Fall Nick Beats. Ich zeigte jetzt meine Wohnung oder so. Keine Ahnung. Also, wir fangen an mit der super hässlich tollen Haustür. Die ist kaputt. Geil, das ist voll smart, das online im Internet zu erzählen. Ja, also hier, diese Tür ist kaputt. Da kann eigentlich legit jeder einbrechen. Äh, ja, übrigens habe ich diese Wertgegenstände in meiner Wohnung. Mega smart talk. Auf jeden Fall weitermachen. Bier trinken ist wichtig. Niemand, niemand muss nüchtern sein, statt da drunter. Ja. Digga. Ein persönliches Highlight in meiner Wohnung ist, äh, selbstverständlich. Der Schimmel. Boah, Bruder. Mann, Digga, wir haben so gut angefangen, Bro. Weißt du, guck mal, da waren so am Anfang waren auch so, da waren so High Heels. Also, er hat wahrscheinlich einen Girlfriend oder so oder irgendwie so ein Mitbewohnerin. Und ich dachte so, oh mein Gott, Digga, ist eine gute Wohnung. Und dann, Bro, präsentet einfach wirklich so ein Quadratmeter Schimmel in der Küche, Digga. Oh Mann. Ah, machst du eine Tapete drüber, dann passt das, wa? Bisschen Farbe drüber, dann ist es gut. Das ist mein Zimmer. Das andere Zimmer da vorne ist von meinem Mitbewohner. Huckes WG. Jo. Ah, genau, das ist wahrscheinlich die Freunde von dem Mitbewohner. Komm in der Kase. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Papel heute wieder eine Freundin hat, aber... Äh, das zweite persönliche Highlight in dieser Wohnung ist der andere Schimmel. Oh Mann. Bruder, was macht der... No joke, was macht der Typ über euch? Hat der Typ einfach irgendwie zehn Zentimeter Wasser in seiner kompletten Wohnung stehen? Was geht da ab, Digga? Ja, und dann haben wir noch die Couch und da, wo ich schlafe, da oben, mitten im hängenden Spider-Man. Das ist geil. Jo, ich penne da oben, so. Bruder, selbst Spider-Man hat sich schon erhangen bei dem Schimmel. Bro, eh, no joke, wenn das jetzt noch länger so geht, Digga, bist du da raus. Das ist todungesund, Mann. Ich hab Asthma, ich darf hier nicht wohnen. Das ist super toll. Digga, er hat auch noch Asthma. Bro, das ist geil. Das ist verrückt. Leute, bitte. Das nächste ist von Kuschelgroke. Das Video wird dir präsentiert von Kevins Desk. Der perfekte Tisch für Arbeit und Geschirr. Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab, Digga? Oder habe ich Kabel 1 eingeschalten? Was geht jetzt? Willkommen in der Villa de Ochsenknecht. Wir befinden uns hier auf Cotter-Sü. Hier auf dem Bild sieht man den ersten Urlaubstag. Und am gleichen Tag haben wir noch Ghibli Ochsenknecht getroffen. Und das haben wir alles dokumentiert. Und hier von ihm unser Domizil, in dem wir uns gerade befinden. Villa de Ochsenknecht. Und genau, hier finden gerade Umbaumaßnahmen statt. Sicher? Und wir hier Maragoni-Holz drauf machen können. Hier gibt es auch noch Maragoni-Holz. Ah ja, okay, klar. So einen Plan, wie das dann aussehen wird. Ja, achso. Achso, Digga. Achso. Jo. Nee, klar. Nee, klar. Nee, save. Das werdet ihr save hinbekommen. Letztens habe ich auch bei Unkraberarbeiten dieses alte Radio hier gefunden. Das ist einfach ausgegraben. Achso, jo. Klassiker. Ich hasse das immer im Garten. Man will einfach mal ein bisschen Unkraut jäten. Auf einmal holt man so ein Radio aus dem Boden raus. Damit empfange ich sogar noch Radiosenden aus der DDR. Ja, auf jeden Fall werden die Wände. Achso, ja, schon, schon, Bro. Ich will mal neue Rauchfasertapete kaufen. Gestern habe ich auch das Fenster hier eingebaut. Das ist auf jeden Fall schon Maragoni-Holz, was dann auch an die Decke kommt. Und das Glas haben wir selbst hergestellt. Wie kann in dieser verfickten Scheiße weniger Schimmel sein, als in dieser anderen Wohnung vorhin? Oh, mein Digger, mein PC ist abgestößt. Okay, wir machen weiter mit dem Nächsten. Das Nächste ist von Moserjo. Äh, hier ein kurzes Video zu deiner, zu meiner Wohnung, kann man sagen. Da warst du dich kurz nicht sicher, wem die Wohnung jetzt gehört. Mein Bett. Äh, ein bisschen Gewand. Mann, Digger, wirklich, ihr Ösis mit eurem Gewand. Sagt doch einfach Kleidung, Mann. Sorry. Meine Xbox. Äh, hier mein Schreibtisch. Ey, Bro, zeig's auch gar nicht. Digger, no joke, er zeigt so, er macht so null Effort in die ganze Sache, Bro. Er hebt so ein bisschen sein Handy an, so. Ja, hier ist mein Xbox. Ja, da hinten hab ich noch ein bisschen Gewand. Bro. Digger, zeig uns das doch kurz, bitte. Hier kommt die Küche, die wird gerade noch aufgebaut. Boah, sieht aber geil aus. Bin gerade noch bei einem Team. Digger, sieht übelst geil aus, what the fuck. Ich glaube, wenn das fertig ist, wird das richtig hart aussehen. Holy shit. Digger, geil, what the fuck. Ich gehe da rüber. Vorne hin. Ist der Ausblick. Digger, holy shit. Hier ist noch ein Bad. Digger, die Wohnung ist überkrass. What the fuck, ist ja schon eher ein Haus, oder? Ja, okay, wenn. Schöne Grüße hin, aber mach's gut. Bro, die Wohnung ist krass. Bitte, bitte, bitte mach da was Ordentliches draus, Digger. Junge, ich will, dass du nochmal irgendwann mitmachst und es ist übelst geil alles. Bitte. Das Video war so goofy. Das Video war tot goofy. Wir machen weiter mit dem Nächsten. Das Nächste ist von Canro. So, du Nutten. Warum heißt das Video, Panflat ist ein Nutten? So, du Nutten. Video für dich, Content, weil du sonst kannst du nichts. Perfekt. Jo, super. Hier, komm man direkt rein. Scheiße, Digger, Achtung. Schöne Pfandflaschen. Bruder, bitte sag mir, du hast das gemacht fürs Video. Das kann doch nicht echt sein. Kollege ist da. Hier, kleine Schmuck-Collection. Noch mehr Flaschen-Collection. Hier, Setup 12 aus 12. Displays waren viel zu teuer. Dann hier, wunderschöne Schuhe. Dann hier noch mein Krummbogen. Super toll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur schockiert. Ich kann nicht sagen, ob Stage oder nicht. Das Ding ist, ich glaube zu 80% Stage, aber in mir schlummern immer noch 20%, dass ich mir vorstellen könnte, dass jemand von euch wirklich so ein Zimmer hat. So ein paar Figürchen und Death Note und hier habe ich auch so ein richtiges Death Note. Ah, verdammt, hätte ich mir die Zeile gesagt. Ja, all the way. Super. Oh Mann, ist das krass. Bitte, bitte sag mir, dass es staged, bitte. Ich hoffe so sehr, dass es staged. Es muss staged sein, real talk. Es muss staged sein. Bitte, 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 dass es staged sein. All right, wir machen weiter mit dem Nächsten. Das Nächste ist von Senpai Sniper oder so. Mein Lattencake, mein Chat. Gut, ja, gehen wir jetzt mal rein. Okay, okay, okay. Watching Anime Keep Out, das ist verrückt. Also okay, holy shit. Ich weiß nicht, ob ich mental bereit bin für das Zimmer, Leute. Die ist eine 1,80 große, gute Figur. Ist auf jeden Fall größer als Tukek. Warum finden alle Girls diesen Koji oder wie der heißt so superhot? Ja, bin ein bisschen krank von dem her. Das ist crazy. Da habe ich da Manga aus Naruto, Demon Slayer. Boah, sieht aus wie bei Nik zu Hause. Hi, Chat. Hallo. Dann habe ich da noch ein paar K-Pap-Sachen. Da juckt eigentlich niemanden. Holy shit. What the fuck? Bro, sie hat einfach legit eine Nojo. Sie kann so eine Anime-Store aufmachen. Digga, real talk. Trag das Bett raus. Mach vorne ein Schaufenster hin. Du kannst da Sachen verkaufen drin. Plushies noch. Mein cooles Bodypillow. Holy shit. Mein Ikea, das habe ich auch schon in den 5 Jahren oder so. Juckt überhaupt niemand. Bei Sachen an die Wand hingeklatscht. Noch Minecraft-Lego und Social-Bücher. Sie macht die ganze Zeit irgendwelche Gangsters mit ihren Händen. Genau. Boah, ganz kurz. Holy shit. Was war das hier für ein Longboard-Tour-A-Übergang, Digga? What the fuck? Sorry, Alter. Holy shit. Bro, sie ist so krass auf der Top-Lane. 100%ig. Auf Bot, meine ich. 100%ig. Sie zockt so Zona oder Nami, Bro. 100%ig. 100%ig spielt die League of Legends und Support, Digga. Das rieche ich aber wirklich so krass. 100%. Das war's eigentlich. Hab noch ein paar Edits für euch. Boah, okay, crazy. Okay, Fortnite wird anscheinend gespielt. Boah, crazy Edits auf jeden Fall. Boah, krass. Krass. Ähm, verrücktes Zimmer. Verrücktes Zimmer, sag ich dir ganz ehrlich. Ich wäre mir ein bisschen zu stressig mit diesen ganzen Sachen an der Wand. Holy shit. Das wäre mir viel zu viel, hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber solange du es feierst, ey. Aber gut. Alright, wir machen weiter mit dem nächsten. Das siehst du es von Philipp. Ich zeig nicht mein Zimmer. Aber ich... Ach, du Scheiße. Das ist immer sehr laut. Aber ich zeig mal... ...ne Wohnung, die ich in Minecraft gebaut habe. Das sie soll mein Zimmer sein. Das ist echt scheiße. Aber... Äh... Äh, das ist... Mann, Digga. Er zeigt seine Wohnung in Pocket Edition, Alter. Küche. Ja, stabile Küche, Bro. Und... ...kleines Bad. Psych hat mehrere. Das ist Bad. Jo. Und auch nicht mein Zimmer. Es hat ein scheiße langes Bett. Okay, okay. Ganz kurz, ganz kurz. Also erst mal übelst geile Roomtour. Danke für die Einsendung. Was genau geht mit diesem Bett ab? Bro, dieses Bett will ich in verfickt nochmal real life sehen. Digga, das ist sechs Meter lang oder so. Wenn das quasi maßstabsgetreu ist. Digga, wer hat ein Sechs-Meter-Bett? Bro. Das ist krass. Wirklich. Das ist crazy. Aber wir machen mal das nächste. Das nächste ist von Fabian. Jo, Papa, Platte und Chat. Servus. Rein da in die gute Stube. Österreich. Rüber. Hier das, mein... Bruder, no joke. Mann, diese Wichser. Ich hasse diese Schweiz und die Österreich. Leute, Mann. Das ist doch kacke. Bro, guck mal. Diese Wohnung würde doch viel uncooler aussehen, wenn das einfach weiße Wände sind. Aber nein. Wir sind die Schweiz, Bro. Alle unsere Häuser sind geil aus Holz gebaut. Mann, Digga. Das ist schon die halbe Miete. Das sieht so viel geiler direkt aus. Sorry. Oh, hier ist mein Ausblick. Tausend Berge. Ja, okay. Mein Gott. Dann kommen wir noch zum Besten von allem. Mann, Digga. Ihr nervt alle. Ihr nervt alle. Mann, Digga. Ihr fuckt mich alle so ab. Ey, Mann, Alter. Mann, okay, Bro. Digga, das ist so krass. Das ist so scheiße, Digga. Ihr Bastard. Ihr nervt alle so hart. Das ist crazy. Ich habe mein Wasser ausgekippt. Oh, mein Gott. Mein ganzes Mauspad ist fucking nass. Ich muss kurz eine Hand hoch. Mann, das ist alles nur wegen der Schweiß. Bruder, no joke. Wenn es so weitergeht, habe ich auch so Schimmel wie der eine Typ, Alter. Bruder, bei mir in zwei Tagen auch so Schimmel überall. Ach, du Scheiße. Jetzt checke ich, wie der Schimmel entsteht. Fahri, ich muss mir noch mehr holen. Ich liebe die Aussicht. Ja, ich auch. Ich feiere die Aussicht total. Geile Aussicht doch. Keine Ahnung, wenn die Kollegen vorbeikommen. Ich feiere meine Aussicht jetzt auch übertrieben. Dann kommen wir wieder draußen chillen. Gleichzeitig ein bisschen zocken, weil ich habe so viele Konkurve. Ja, mein Team. Geil. Ja, ist chillig. Real-Tag ist chillig. Das ist von Dominic Mastermind. Was ist das hier? Herzlich willkommen, Freunde, im Edel Talk Set. Kommt rein. Habt ihr dafür extra einen neuen Account gemacht? Kenner hat das auf seinem eigenen Account abgeladen. Mann, ist das scheiße, Bro. Dominic hat eine Roomtour von unserem Edel Talk Set gemacht. Nach der Edel Tour. Wir haben gerade extra ein bisschen aufgeräumt für euch. Also hier passiert tatsächlich die Magie. Ihr seht, hier drüben ist unsere Cutter Station. Die können das einfach Roblox offen. Bro, also ja, an der Cutter Station geht's wild her. Da hab ich, Bro, das ist bei der Roomtour, wo ich ein ganzes Jahr drin gewohnt habe, ne? Also die OGs wissen noch, Freunde. Auf Humble ein Jahr im Keller gewohnt. Genau da wurde gestreamt. Ich hab mir, wow, Legende, Bro. Hier werden immer die Pfeils hochgeladen und so weiter. Ich hab jetzt gerade extra ein bisschen aufgeräumt für euch, dass ihr so ein bisschen... Korrekt. ...das aber ein bisschen ordentlich aussieht, ne? Hier sitzen wir immer beide. Da schaufeln wir einfach dann immer alle Sachen rum. Wenn wir einen Gast haben, wird das auch frei gemacht. Ansonsten kommt einfach der ganze Müllloch immer aufs Sofa. Hier ist die Magie von Miguel. Hier steht er immer, oft auch nackt tatsächlich. Das ist seine POV. Wissen viele nicht. Ja, abgeschudelt. Und hier ist halt unser super geil organisiertes Lagersystem. Finde ich auch geil. Ja, wollte ich gerade sagen. Finde ich auch geil, dass da oben steht Objektive. Und das ist einfach so ein Sessel, Digga. Classic. Hier schon... Ah, okay, Objektive ist wieder drunter, ich check's. Übrigens früher Kevins Bett. Man merkt, ich hab sehr viel mitgeholfen beim Organisieren in diesem Schrank. Der Mann hat hier drin geschlafen. Ja, aber ich bin froh, dass es ein bisschen aufgeräumt ist, um euch zu zeigen. Und ich hoffe, ihr habt so ein kleines Behind-the-Scenes-Einblick hier bekommen aus dem E-Detalk-Set. Ist das krank. Ist das krank. Ich find's auch geil, wie Kennern hier in dieser Excel-Tabelle, die ich hab. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich hab da so eine Liste. Ich hab da so eine Liste. Und da ist dann quasi immer so der Name, der Discord-Name und dann der YouTube-Link. Und Bro hat sich extra einen Fake-Twitch-Namen, Dominic Mastermind und sogar noch einen anders aussehenden Discord-Namen überlegt. Dominic Mastermind mit einem Unterstrich. Ist das kacke, Bro. Wir machen weiter mit dem Nächsten. Das Nächste ist von Kaddi. Hallo, du hatt'n Schwanz. Das ist meine Roomtour. Ich hoffe, sie gefällt dir dann. Ja. Ja. Okay. Also das Erste, Skateboard. Clean as hell. Meine Jacken. Special Corp. Äh, hier sind... Special Corp. Dann, ähm... Bitte sag mir nicht, das ist ein Mikrofon-Setup, Digga. Da ist ein Glas mit einem Mikrofon drin. Bitte sag mir nicht, dass er damit zockt. Bitte nicht, Digga. Ist das Gaming-Setup? Hier sind die verfickten Kopfhörer. Nein, sag nicht, das Mikrofon ist nur Übergang. Das ist auch, das stimmt noch. Sag, oh mein Gott. Hier ist meine Meinung nach das Herzstück von der Zimmer. Das ist mein Plattenspieler mit meinem Poster. Boah, geil. Geiles Bild auch. Mit dem Fast and the Furious-Auto. Digga, er auch, er auch. Die Lampe hab ich auf dem Flurmarkt geholt. Die ist aus den 70ern. Und, äh, ja. Ja, ganz viele Platten. Ganz kurze Frage, ist das nicht so ein Feuerzeug, was man so mega gut kopfüber halten kann? Das ist doch dieses, oder? Das hab ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und Verstärker und die Box mit der geheimnisvollen Mitmachsache. Hm. Hier ist nochmal der Plattenspieler mit Licht. Bro. Digga. Digga. Die Vibes sind hoch. Bruder, bitte tu dir einen Gefallen, okay? Bitte mach die Jägermeisterflasche da weg, Digga. Du musst die Jägermeisterflasche da weg machen. Die muss da weg. No joke. Wenn da stattdessen irgendwie, wenn du da Alkohol hinschneiden willst, Bruder, dann mach stattdessen so eine Karaffe hin oder so. Checkst du? Wo irgendwas drin ist? Digga. Aber die Jägermeisterflasche, wenn die Jägermeisterflasche weg wäre, Bro, wäre es tothart. Bro, das sind Vibes. Die Vibes sind hoch in diesem Raum. Geile Wohnung. Ich finde, diese Wohnung oder dieses Zimmer hatte richtig viel Charakter. Man hat richtig gemerkt, alleine durch dieses Video hat man dich ein Stück kennengelernt, Bro. Und das fand ich übelst geil. No joke. Richtig geile Wohnung. Sehr, sehr enjoyed. Wir machen weiter mit dem nächsten. Du siehst du es von König der Wale. Jo, 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 Kevin Teller. Was geht? Ich zeige euch heute mein Zimmer, meine Roomtour. Hier fängt es an mit dem Liebesnest. Ja, wie man sieht. Bruder, sag doch nicht Liebesnest. Bro, bist du wie 50? Das ist verrückt. Cooler Teppich. Der ist ganz flauschig. Kann ich nur so. Oh, kleiner Fußlieg. Dann haben wir hier mein Kleiderschrank. Der war relativ teuer. Digga. Zack. So, dann habe ich hier gerade frisch aufgebaut. Dieses Sound-Effect. Meine Vitrine. Mit ein paar Pokalen drin. Jetzt gar nicht so viel. Ich hätte noch mehr zum reinpacken, aber will ich einfach. Oh, er ist so ein Stacker, Bro. Er macht so dieses. Kennt ihr diese Leute? Ja, auch nicht. Ich habe eigentlich nur Häuser zum Haus gucken hier. Keine hässlichen, komischen Gebäude. Ja, habe schon ein bisschen was. Bruder, du stackst doch nur neun Dinger hoch. Bro hat hier einen ganzen Schrank. Bro hat mehr Becher als jede Bar der Welt, Digga. Ja, warum ist da ein ganzer Schrank mit Bechern voll? Bro, du stapelst doch nur neun. Bro will ein Haus bauen aus diesen Bechern. Wir sehen, was da gleich noch auf euch zukommt. Das hier ist meine Game-Ecke. Und der Tisch ist ein bisschen aus. Ersteckt bis zum Mond. Real talk. Ja, ein bisschen für die Optik. Holy shit. Holy shit. Ich dachte, es sind nur diese zwei hier. Alter. Bro kann ganz Köln versorgen. What the fuck. Dann haben wir hier das. Ja, genau. Ich bin ein crazy Atze, der Becher stapelt. Ich zeige euch mal kurz... Ja, no shit. ...was ich da machen kann. Ich stelle euch jetzt mal kurz hier ab. Fuck. Ja, okay, 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 ja, okay. Dann nehme ich euch mal wieder her. Alles okay. 6,9 Sekunden. Aber ist geil, alles geil. Bleibt dran auf jeden Fall. Ich glaube, du solltest noch einen Schrank mit noch mehr Bechern kaufen. Ich glaube, dann wird es noch schneller. No joke. Ich glaube, das macht es noch schneller dann. Ich hoffe, dir geht es gut, Mann. Okay, das nächste ist von Loru. Das ist der Guy, der satter Hugo schneidet. Alright. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Motherfucker wohnt, Bro. Er hat noch nie bei irgendeinem Format was eingesetzt. Das ist das allererste Mal. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Yo, mein Liebenjong. Herzlich willkommen zu 2,0. Oh, nein, Bro. Ich rede mich immer darüber auf, dass die Videos von Hunriger Hugo und Satterhugo so todes-ADS-mäßig geschnitten sind mit so 9000 Songs. Und ich wette, genau das hat er jetzt hier gemacht. Bruder, ich wette, das wird so viel sein jetzt. Yo, mein Liebenjong. Herzlich willkommen zu 2,0. Roomtour. Hier haben wir einmal die Zocker-Zentrale. Über dieses Bild brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich reden. Hier haben wir einmal eine Holzpaneele-Wand. Die LEDs habe ich tatsächlich selber ran gemacht. Sehr cool. Hier lerne ich momentan noch das Auflegen. Natürlich auch hier mit dem besten Song. Setz den Hoodie auf. Aber der D&B-Relax. Ja, hier Drucker, Server. Dann haben wir hier immer den Hintergrund. Über die Pflanzen brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Die sind toter als tot. Das sind momentan sogar schon die Zweifelpflanzen. Ich glaube, ich soll es einfach lassen. Ist das überhaupt eine Pflanze, Digga? Das sieht aus wie so Plastik oder so, Bro. Ich glaube, du wurdest da gescampt, Mann. Was ist das? Dann haben wir hier noch ein Bild vom guten alten Schradin. Ja, das ist der erste Raum. Dann kommen wir direkt hier in den Flur. Hier der Pflanze. Bro, no joke. Ich finde, das ist so für mich, so stelle ich mir eine Wohnung vor von einem Fußballer. Checkt ihr, wie ich meine? Das ist so Sternzeichen Fußball einfach. Das ist so Fußball. Das ist so, so stelle ich mir eine Wohnung vor von einem Edi-Zuschauer. Genau so. Genau so, Digga. Es ist genau das. Ja, was das ist, keine Ahnung, frag nicht. Dann haben wir hier einmal. Ich hasse diese Bären. Bro, Real Talk. Diese Figuren sind so unfassbar kacke. Ich hasse die. Und hier sind wir im Bad. Digga, Satahuku scheint gut Money zu machen, Digga. Bro, hat eine stabile Wohnung. Kann man eigentlich auch nicht wirklich zu sagen. Ist ein Bad halt. Mit tausend Rituals-Produkten. Ich hab... Bro. Wer sich so ein riesen Kanister Rituals leisten kann... Bro, der ist fucking reich, Digga. Wie viel verdienst du mit diesem Satahuku-Scheiß, Bro? What the fuck, Digga? Was kostet das? Tausend Euro? Digga, diese Rituals-Scheiß ist so teuer. Ein bisschen zu viel Rituals-Produkte. Und ja, dann kommen wir jetzt noch ins letzte Zimmer. Oh, geil, auch geil. Und zwar das Wohnzimmer. Geil, geil. Hier ist immer die Küche. Natürlich mit dem Opti-Grill. Hier haben wir einmal Fernseher und Sideboard-Dings. Die sind auch 5000 Richards-Produkte. Er hat zwei davon, Bro. Reden wir nicht drüber. Heißt, das Zeitclips wieder zu verbieten. Ja, Real Talk. Kabel-Management-Monte will ausrasten. Ich glaub, bei dir ist das scheißegal. Ja, jub mich nicht, Digga. Obwohl... Boah, ich sag ehrlich. Es gibt einen Unterschied für mich zwischen Kabel-Management-Fernseher im Wohnzimmer und Kabel-Management-Gaming-Setup. Weil, guck mal, mein Gaming-Setup ist jetzt hier so getrennt. Und Bro, was hier passiert, ist mir egal. Hier sieht eh scheiße aus. Das hier ist eine Werkstatt. Aber im Wohnzimmer, Digga... Boah. Nee, Digga, das nervt mich auch. Real Talk fix das mal. Sieht, glaub ich, genauso aus. Und dann haben wir hier einmal Couch mit einem Porsche-Buch. Und ja, das ist hier noch Essen. Geil, das finde ich geil. Hier esse ich natürlich extrem oft. Also hier habe ich natürlich jeden Tag gegessen. Klassiker. Bruder, man holt sich so Esstisch, Digga. Wir haben auch Esstisch gehabt. Bro, mit sechs Stühlen oder Arschlecken. Zweimal daran gegessen, Bro. Man isst irgendwie auf der Couch oder am PC oder so. Oh ja, das war meine Wodan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Boah. Ähm, finde ich geil. Ähm, das ist so eine Wohnung von jemandem mit viel Geld, aber ist super Standard, kaum Charakter. Ja, finde ich auch. Aber es ist trotzdem eine geile Wohnung. Ich glaube aber, man darf auch nicht vergessen, ich glaube, manche Leute sind einfach nicht gut darin, eine Wohnung einzurichten. Ich bin auch übertrieben scheiße, eine Wohnung einzurichten. Also no joke. Wenn Marsha hier nicht wäre, dann würde es hier noch schlimmer aussehen. Es ist, ähm, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, bitte verbrenne einfach diesen Bären, mein Bester. Ansonsten sehr, sehr geile Wohnung. Da kann man übertrieben viel noch draus machen, Bro. Und ich hoffe, du kriegst das hin. Aber grundsätzlich sehr geile Wohnung, Bro. Wir machen weiter mit dem nächsten von Saftmaus. Ja, hallo. Ich stelle euch heute mein Zimmer vor. Es gibt viele Leute, die sagen, es ist einfach... Saftmaus? Ich glaube, da musst du nochmal ran an den Namen. Da musst du nochmal ran. Ja, hallo. Ich stelle euch heute mein Zimmer vor. Es gibt viele Leute, die sagen, es ist einfach nur die reinste Psychose. Aber ich finde es super. Wir fangen an mit, äh, Katzentür. Das ist verrückt. Ein Schild, welches ich nicht geklaut habe. Ich habe es gefunden, okay. Bruder, warum haben so viele Leute von euch irgendwas von irgendeiner Tankstelle, äh, Baustelle meine ich, zu Hause besicht? Dann geht es hier weiter mit meinem Schrank. Das ist wirklich beachten, das ist grausam. Ist das Polly Pocket? Dann fängt auch schon die Psychose an. Ähm, mit Stockfotos, die ich vor vier, fünf Jahren lustig fand. Dann Lego Fortnite, auch sehr richtig. Oh, what the fuck? Hier ist eine Manga, normale Bücher und, ähm, eine Pokémon-Ecke. Ah, das ist My Little Pony, ne? So, hier ist die wahre Psychose, denn alles... Nein. Sie ist ein Brony. Digga, sie hat alles voll mit My Little Pony, Digga. Ja, das war es eigentlich. Und ich, hier ist, das ist eigentlich ein Picknick, denke ich. Und, ähm, ja, das liebste... Bro, ich gucke gerade in den Chat und voll viele Leute schreiben, das ist verrückt. Und so ein paar Girls schreiben so, ich liebe es. Bei mir ist es auch so. In meinem Zimmer, meine Tastatur. Bro, das ist so geil. Dieser Unterschied zwischen so einer Männerwohnung und so einer Frauenwohnung ist crazy, Bro. Männerwohnung legit einfach nur so, jo, hier ist mein Fernseher, hier habe ich irgendein Bett hingerotzt, Digga, hier habe ich noch meine Fun-Sammlung. Und dann, ja, hier sind meine, ähm, meine, meine Little Pony-Poster. Alles voll geknallt, Digga. Erstens. Ja, herrlich. Kann man lauter und leiser machen. Ja, das ist verrückt. Hier hat es noch so ein Bildschirm. Da ist ein Gift drauf. Das ist verrückt. Ich bin so voll da, so eine Uhrzeit einzustellen. Darauf eine Runde Brawl-Sassong. Aber. Kohl's. Finde ich sehr cool. Super Zimmer. Ich bin so glücklich. Oh ja. Das am Ende hat sich ein bisschen ironisch angehört. Ich hoffe, alles ist gut. Gib alles im Leben, ne? Immer weitermachen. Und, äh, viel Liebe. Viel Liebe. Oh ja. So, Digga. Ich bin so glücklich. Oh ja. Das ist krass. Boah, wirklich der gute, alte OG-Klopfer. Wirklich. Darf in keiner Roomtour fehlen. What the fuck. Moin Gavin. Moin Chat. Ich zeige euch heute mein Zimmer. Für den Gag muss ich jetzt weiterlaufen. Ich habe natürlich wie jeder gut gepflegte junge Mann meine Klamotten ordentlich auf dem Boden. Klassik. Richtig. Dann habe ich hier natürlich noch eine Chiller-Ecke mit einem... Bitte sag mir, das war in diesem Video. Ja, weiter. Dann habe ich hier natürlich noch eine Chiller-Ecke mit... Du kleiner Hund. Du kleiner Hund. Ein Chiller-Sofa und ein Chiller-Schwein. Das andere Schwein ist gerade hinter der Kamera. Was ist denn hier nur wieder mal los oder was ist hier? Hallo? Dann habe ich hier natürlich noch ein super pornöses Bett. Sieht bequem aus. Bett. Kurz sein. Warte, 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 das war aber eingefügt, oder? Kann die Matratze vibrieren? Okay, okay, nee. Ist eingeladen. Okay. Bro, falls nicht, dann bitte den Link in die Beschreibung packen noch im Nachhinein. Da die Gamerei in keinem Mannes Leben zu kurz kommen darf, habe ich natürlich hier auch eine ordentliche Zocker-Ecke. Oh mein Gott! Danke, Kevin und Chad, fürs Anschauen. Chad, ihr seht heute wunderbar aus. Ist das krass, wirklich. Ist das krass. Dieses Video hat mir gerade 20% Metallenergie gezogen. All right, das hieß es von Rajo. Oh nein. Rajo hat was eingesendet von meiner... Guck mal, was es wird. Mo, und ich zeige euch mein Zimmer. Ich gehe hier rein. Da sieht man schon mein Setup. Also, Bruder, ich habe innerhalb von zwei Sekunden auf jeden Fall schon mal einen komplett vollen Kasten Bier und einen Shirin-David-Aufsteller gesehen. Was in Gottes Namen hat diese Wohnung in sich? Ja, wir sind mal mein Setup, zack. So, Maus, Tastatur, wir sind eigentlich nicht aufgeräumt. Warum ist da diese Sally? Das Licht, Shirin-David ist in der Ecke. Haben wir hier noch so ein Sofa, noch einen Tisch. Hier sind Dragon Balls. Da wünsche ich mir immer, dass ich die Balls von Kevin einäulen kann. Und Kaffeetaste, Gemälde, Shirin-David ist in der Ecke. Habe ich hier noch ein paar Funko-Pops von den legendären Leuten, die cool sind. Shirin-David ist in der Ecke. Ja, also wir haben Shirin-David jetzt vom Ding her gesehen, Bro. Danke fürs Zeigen. Ja, hier ist auch noch was. Und dann, ja, da ist noch ein Schrank, Sofa, ja, Setup. No joke, wenn ihr noch einmal Shirin-David zeigt, dann ist das Video hier vorbei. Und, ja, ich bin halt der Rajo, ne? Danke. Du bist der Beste, Kevin. Papa Latte. Danke. Na, so eine JBL-Box-Packung, Shirin-David ist in der Ecke. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.